Hallo meine lieben Freunde, willkommen hier zu einer weiteren Battlefield 5 Info-Folge. Ja Leute, willkommen hier auf meinem Kanal PS4Players.de zu einer weiteren Info-Folge wie gesagt und ja Leute, let's go mit den Infos. Ja Leute, die erste Info, die ich für euch habe, betrifft die Fahrzeuge und alle Fahrzeugklassen. Die Fahrzeuge haben in Battlefield 5 keine unendliche Munition mehr. Das liegt daran, dass sich manche nämlich gecampt haben mit einem Artillerie-Panzer, haben sich ganz hinten hinter die Linien gecampt und da konnte man die halt nicht beschießen oder sonst was als Gegner und das war halt sehr gemein. Und dadurch haben die jetzt keine unendliche Munition und müssen deswegen dann zu besonderen Munitionierungspunkten, äh Versorgungsstationen, so hieß es genau. Und da müssen die dann hin und sich dort dann neue Munition holen. Für Flugzeuge und so ist es ein bisschen anders, aber das weiß ich nicht jetzt genau. Und, ähm, ja dann kommen wir jetzt direkt zum nächsten schon und das ist ein Spawnbank. Wer sie kennt, der kennt sie, nämlich aus Battlefield 4 und aus den anderen Battlefield-Teilen kennt man sie. Bei der Spawnbank, für diejenigen, die es nicht wissen, die Spawnbank ist ein mobiler Spawnpunkt. Da können Mates spawnen dann, das ist ein Gadget für den, ähm, ein Gadget für den, für den, für den, für den Speer, ja ich hab grad das Wort gesucht. Ähm, für die Speer-Klasse ist das ein, also für die Speer-Klasse oder Spezialisten-Klasse ist es halt ein mobiler Spawn. Da können die Mates dann spawnen und da kann man dann richtig schön reinflankieren, kann dann so eine richtige, sagen wir mal, Operation starten. Das heißt, die Mates, die anderen Mates kommen alle von vorne und der eine Mate mit dem Camper ist einfach direkt so an den vorbeigelaufen, kann dann Spawnpunkt-Boom setzen und die Mates können mit ihm spawnen und bam, kann man einfach reinflankieren und dann macht man vielleicht noch den Sieg. Also man kann damit sehr schnell das Schicksal ändern, was man jetzt in Battlefield 1 zum Beispiel nicht konnte. Ähm, ja dann kommen wir direkt zum nächsten und das ist, was ich mal, garantiert ein paar gefragt haben und, äh, ja und zwar, ob Dynamit in Battlefield 5, ähm, ja noch immer haften bleibt. Ja Leute, das Dynamit bleibt immer noch haften an Fahrzeugen und an Häusern, also, ja, eure Sorgen sind damit begründet, also eure Sorgen sind damit weg. Für diejenigen, die es, äh, dachten, dass es nicht geht oder so oder die es noch nicht wussten, auf jeden Fall, es geht wieder und, äh, also es geht und, ja, damit können wir dann auch mehr Fahrzeugkills wieder machen, also nicht wie in Battlefield 1, dass es einfach nur im Boden geklatscht wird und nicht am Fahrzeughaften bleibt. Das ist natürlich dann blöd. Ja, und so haben wir nämlich damit, äh, ja auch viel mehr Glück halt, um Fahrzeuge zu killen und es wird auch einfacher, denke ich mal, entscheidend einfacher. Ja, ja Leute, dann kommen wir direkt zum nächsten und das sind, ähm, wenn ein Gegner eine Granate, die er mitten vors Gesicht werfen will, aus der Luft, dann kannst du mit deiner schönen Gun sie einfach zerschießen in der Luft. Ja, Leute, man kann nämlich Granaten in Battlefield 5 in der Luft zerschießen und, muss ich sagen, ist ein, das ist ein ganz, ganz krasse, äh, ja, Funktion, weil so kann man echt eine Granate in der Luft zerschießen. Boom, trifft noch vielleicht ein paar Gegner und, äh, ja, das heißt, man kann auch die, wenn man selber die wirft, Leute, äh, falls Verwirrung jetzt ist, nein, man kann die auch selber werfen und kann, kann seine Granate auch selber zerschießen, ja. Also, das heißt, man kann damit auch ein paar Kills machen, garantiert und, so dass der Gegner, wenn der Gegner wegrennen will, kann man die schon in der Luft zerschießen und kriegt dann noch sogar ein bisschen Schaden. Oder ihr werft die Granate hinter und schießt die in der Luft kaputt und, ah, ihr wisst dann auf einmal, hinter dem Hügel sind Gegner. Das ist dann natürlich auch übel krass, äh, gut, damit man nämlich immer weiß, wo Gegner sind, da ja in Battlefield 5, das jetzt nicht mehr so funktioniert, dass man auf die Gegner, ähm, bei Battlefield 1 war es ja jetzt so, du siehst den Gegner, hast dann, ähm, er 1 gedrückt und dann, boom, hattest du halt, ja, hattest du halt den Gegner markiert. Er hat eine rote Umrandung gehabt und, äh, konntest dann mit ihm halt, ja, dann konntest du halt mit ihm, also dann hast du halt ihn gesehen besser, dann haben alle den gesehen, rot markiert, im Umfeld für ein paar Minuten. Und, ähm, ja, das ist in Battlefield 5 auch ja nicht mehr, da ist nämlich nur noch über dem Kopf so eins und den sieht man nur noch auf, über dem Kopf ist so ein, so ein Markierung, aber die sieht man auch nicht mehr so stark. Und, ähm, ja, den sieht man dann ansonsten nur noch auf der Map war es, glaube ich, so. Also man sieht, man hat, der hat gar keine Markierung mehr, man kann ihn markieren, aber es ist nicht mehr so, dass du dich hinkämpfst und dann überall R1, 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 R1 drückst die ganze Zeit. Nein, das geht nicht mehr und, äh, das finde ich auch gut so, ein bisschen besser, aber ich finde es auch ein bisschen blöd, weil so hast du echt, ähm, ja, so hast du echt dann Schwierigkeiten, die Gegner zu finden. Aber, zum Beispiel, wie ich, wie ich gesagt hatte, zum Beispiel mit der Granate, da kann man halt dann wirklich, da kann man dann wirklich, äh, was rausreißen, da kann man wirklich was machen und da ist es eigentlich auch mit der Granate einfacher Gegner zu sichten. Wenn man die zerschießt, dann halt die Splitter und so überall rumfliegen. Ja, Leute, und dann kommen wir jetzt zum nächsten und letzten, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe und so, ähm, ja, das ist das Unter-, also ein Unterhandwurf geht auch für Granaten jetzt und so, dass man halt, ähm, ja, dass man halt die Gegner, wenn man jetzt reinflankiert, dass man sich dann so hin, äh, slidet, reinslidet und dann einfach eine Granate wirft. Das ist, ja, ist jetzt auch da am Start, Battlefield 5 und, ja. Ach ja, und, ne, was ich noch notiert hatte mir, ähm, ich nehme, ähm, das Letzte ist, man muss mit, wenn man einen Gegner im Battlefield 5 messern will. Das heißt, wir haben es ja so gelernt, hier im Battlefield 1, dass man einfach auf den Gegner zugerannt ist, dann einfach Nahkampf gedrückt hat halt und dann mit einem Bionett draufgegangen ist oder hat man, oder man hat die ganze Zeit halt, äh, wenn man jetzt so ist, hat man einfach die ganze Zeit nur R3 gedrückt und hat dann halt, äh, den Gegner gekillt. Und, ähm, ja, das geht in Battlefield 5 nicht mehr. In Battlefield 5 muss man jetzt, nehmen wir den Baum als Gegner, musst du so nah an den Gegner rankommen, dass du halt den Gegner dann so machst. Also du kannst ihn wirklich, du musst deinen Gegner richtig nah rankommen und dann so nur kannst du ihn so killen. Das ist halt dann ein bisschen, ja, blöder gemacht, sag ich mal, aber es ist entscheidend auch, ähm, ja, fairer, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Also es ist fairer für die ganzen Mates und so. Das ist, ja, also für die Gegner meine ich, nicht für die Mates, also für die Gegner ist es entscheidend einfacher, sich damit, ähm, ja, da kann man sich besser verteidigen halt. Ja, Leute, und das war eigentlich das Letzte jetzt, was ich mir aufgeschrieben hatte, so zu den Infos und ich hoffe, ich konnte euch noch weiterhelfen, falls ihr manches noch nicht wusstet und, ja, Leute, sag ich mal, viel Spaß mit Battlefield 5 Infos, mit Battlefield 1 natürlich und, ähm, ja, wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video oder im nächsten Livestream und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat das nächste Intro auch gefallen zu Battlefield 5. Ja, und dann sag ich, bis dann, Leute, viel Spaß halt, wie gesagt, mit Battlefield 1 und hier ist noch eine kleine Info für euch am Rande. Hier, das ist nämlich der neue Modi, den es noch gibt in Battlefield 1 und zwar diese Woche und zwar heißt der Road to BF5, wöchentliche, äh, Rotation, Panzer und Schützengräben. Das heißt, man zockt halt hier, wie es hier steht, auf Namen von, ähm, ST, Queen, Quinten und dort, ähm, ja, zockt ihr halt mit Panzern und so, also wie im Prinzip normale Eroberung, nur, dass ihr, keine Ahnung, Panzer zerstören müsst. Genauso war es Panzer zerstören und, ja, und, Leute, noch eine kleine, noch eine Info, Battlefield 5 ist ja jetzt schon, ähm, seit dem Dienstag hier frei, die Herausforderung Road to Battlefield 5 wieder. Und, ja, Leute, falls ihr euch, falls ihr die machen wollt, nächste Woche kommt auch nochmal eine, also, dann könnt ihr, wenn ihr jetzt abwarten wollt, dann könnt ihr jetzt erstmal warten, macht dann das erstmal nicht und dann habt ihr Zeit, um hier am 19. Juli nächste Woche, dann nächste Woche Dienstag, genauer gesagt, ähm, diese Herausforderung halt zu machen, beide und dann, ja, gibt's eigentlich nichts mehr. Das waren nämlich die letzten dann und dann gibt's hier, glaub ich, nur noch täglich Aufgaben, ja, und dann war's das hier mit Road to Battlefield 5. Und, ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch noch mit den Infos weiterhelfen, noch ein paar kleinen Tipps geben, beziehungsweise auch die Infos jetzt noch hierzu, zu dem neuen Modi und allem. Und, ja, Leute, sag ich, viel Spaß mit Battlefield 1, mit diesen Infos für Battlefield 1 noch und Battlefield 5 Infos. Und, ja, sehen wir uns dann im nächsten Video und im nächsten Livestream. Und, ja, sehen wir uns dann.